Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute geht es um Gefühle, Sentimientos. Wie fühle ich mich? Como me siento? Fühlen, sentir. Die Emotion, la Emotion. Positives Gefühle, Sentimientos Positivos. Die Heiterkeit, la Alegría. Sich freuen, alegrarse. Ich freue mich, me alegro. Glücklich und zufrieden, contento, contenta. Ruhig, ruhig. Tranquilo, tranquila. Ich bin ruhig, ich bin zufrieden. Estoy tranquila. Estoy tranquilo. Die Liebe, die Liebe. Liebe, el amor. Liebe, el amor. Lieben, querrer. Die Sympathie, die Sympathie. La Sympathia. La Sympathia. Verliebt, verliebt. Enamorado, enamorada. Die Zuneigung, die Zuneigung. Die Zuneigung, die Zuneigung. El cariño, el cariño. Herzlich, herzlich, herzlich. Cordial, cordial. Gefallen, gefallen. Gustar, gustar. Das Vertrauen, das Vertrauen. La confianza, la confianza. Vertrauen, vertrauen. Confiar, confiar. Die Leidenschaft, die Leidenschaft. La passion, la passion. Das Vergnügen, das Vergnügen. El placer, el placer. So, das war's mit den positiven Gefühlen und natürlich gibt es auch noch die negative, negativen Gefühle. Und ich sage, hasta mañana.